Hallo alle miteinander und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich einmal etwas Neues probieren und zwar parallel Englisch und Deutsch. Sagt es mir bitte wie das ist, einfach in den Kommentaren posten ob die Idee gut ist oder eher bescheiden ist. Hallo alle, heute werde ich versuchen, dieses Video zu filmen, Deutsch und Englisch. Wenn du es magst, poste es. Wenn du es nicht magst, poste es auch, dass ich weiß, ob es okay ist oder nicht. Es ist einfach eine Idee. Okay, was möchte ich heute machen und warum möchte ich es machen? Und warum, finde ich, ist eigentlich die bessere Frage. Eine 4-Kern-Alien und ich möchte einfach nur sagen, dass man für Aliens 3, 4 oder 5-Kern absolut keine Slider braucht. Keine sogenannten Alien-Makers oder irgendwas in der Art. Heute werden wir ein 4-Kern-Alien. Ich wollte nur sagen, dass ihr nicht mehr Alien-Makers oder etwas wie dieses Video braucht, oder etwas wie dieses Video braucht. Ihr habt euch nicht mehr Alien-Makers. oder etwas wie dieses Video braucht, oder etwas wie dieses Video braucht. Also, wir versuchen es, wenn es funktioniert. Okay, was brauchen wir dafür? Ich verwende standardmäßig für meine Mech-Mods auch 4-Kern-Alien aktuell. Ich baue die alles aus Nickel-Chrom. Die Kerne sind 4x 0,3 Millimeter. Manteldraht ist 0,12 Millimeter. Draht befestigen tue ich natürlich an meinem Wirbler. Auf der anderen Seite habe ich eben mein Dremel-Tool oder mein Kosmetik-Tool, mein Fräser oder wie das heißt. Für den D-Core verwenden wir 0,4 Millimeter. Das ist der Edelstahl-Wadendraht von Imker. Weil es der billigste einfach ist. Today, mein Standard 4-Kern-Alien ist mit 0,3 Millimeter. It's equivalent to 29 Gauge. If I'm not totally mistaken. Four of them. For the Alien I'm taking 36 Gauge or 0,12 Millimeter all Nikron. And for the D-Core I use a cheap stainless steel wire 0,4 Millimeter or 26 Gauge. For the wires to hold where I can spin, I use of course my swivel tool, my so called Wirbler. And for the beginning and the end, that on both sides the cores are staying parallel, I use two of my smarts. I'm going to show only in the beginning and the end to hold them parallel, nothing more. And of course Clippers and tweezers and what so else. Was ich noch vergessen habe, dass ich eben zwei smarts verwende am Ende und am Anfang. Einfach nur, dass von Anfang an die dritte parallel stehen, die vier zumindest. Bis sie sich neutral parallel. Dafür verwende ich die. Das ist rein nur am Anfang. Alles andere, der ganze Weg da durch, geht alles ohne irgendeinen Slider oder irgendetwas. So, zum Aufbau. Warum 0,4 Millimeter? Das hängt ganz einfach mit dem Verhältnis für die Aliens an, die man natürlich benötigt. Ein Alien hat ein Verhältnis 3 zu 1. Das bedeutet, wenn ich einen Alien-Kleppen irgendwo drüber machen möchte, muss ich die komplette Breite von meinen Kernen durch 3 dividieren. Und dann weiß ich, wo ich decore muss. In meinem Fall 0,3 x 4 sind 1,2 dividiert durch 3, habe ich 0,4. Ich erkläre nur, warum ich den 0,4 26 Gauge benutze. Denn es ist von der 3 zu 1 Ratio, die ich benutze für die Aliens benutze. Und als ich benutze 4 x 0,3 oder 29 Gauge, 1.2 Millimeter, das dividiert durch 4, äh, 3, sorry, äh, ist er equivalent zu 0,4 Millimeter. So, now, let's get started. Fangen wir an. At first, of course, der Decor für dieses Wire. Also, ganz am Anfang. Wie gerade erwähnt, ähm, brauche ich jetzt einmal für meine Decor-Kleppen. Da, ähm, verwenden wir jetzt einmal meinen Drop. Sollten wir alle wissen, kurz dran ziehen, dass er schön gerade ist. Was ist mit dir? So, auf der Anseiten eng gespannt. Mein Swivel Tool und mein Cosmetic Tool, die ich benutze, sind nach dem Schiffst. grammar i could find are out of the picture i'm really sorry but i do not have the place right arrange it better maybe next time but if i'm going to make a video it's mostly okay now i've got time and so i'll make it and yeah my werkzeug ist leider außerhalb vom bild einfach nur bei mir erstens mal platzmäßig weil so viel platz habe jetzt auch nicht zum bau für das bauen und weil die videos bei mir eben eher so kommen so okay jetzt habe ich wieder mal gezeigt und eine idee für ein video also machen wir jetzt mal schnell jetzt deswegen muss der aufbau einfach schnell funktionieren und jetzt habe ich da leider nicht geschaut aber ich glaube das ist jetzt nicht das problem ähm so lassen wir das da wieder mal kurz einlaufen also das lauft jetzt schon jetzt bin ich jetzt wieder zurück für den mantel now i'm going to take the 36 gauge uh for creating the klappen uh if you i'm sure you already know for the alien you have to make it for example on the left side for for the klappen and the alien on the right side or clockwise or counterclockwise it's uh what you are going to get better you are going to create the the klappen and uh on the worst side was ich nur gerade wieder eben habe ähm für die ähm für die klappen beziehungsweise für die alien müssen wir ja einen wechsel machen in der drehrichtung des dremels beziehungsweise des akkuschraubers und bei mir immer gegen den uhrzeiger sind jetzt die klappen und mit dem uhrzeiger sind wird dann die alien aufgetragen für mich für mich ich arbeite halt mit dem uhrzeiger tue ich immer weil das leichter und ich versuche jetzt eben die kräften etwas leiser oder langsamer zu gestalten weil der drehbilder ist nicht komplett fixiert bei mir deswegen macht es ein bisschen ein lauteres geräusch und ich mag das auch nicht am video dass es dann zu laut wird ich werde jetzt einfach zwei bis drei klappen machen nur als backup bevor es irgendwo schief geht ich werde 2 oder 3 klappen machen für die Dekor nur wenn ein mistake happens vielleicht was kann happen all the way because today das ist This I am going to throw away! Okay, it started really great. That is because of this... I have to be honest. Meatbags should be a very good quality product, but i really hate it. So, klatten for the second time. Was man jetzt hier gerade gehört hat, bei mir beim Entkernen war, dass die Knipplex, die man schon fand schon am Senkel geht, hat keinen ordentlichen Cut gemacht beim Abschneiden. Insofern habe ich jetzt das Problem gehabt, dass mir der Manteldraht so dran gekratzt hat und dann hat man automatisch, so kommt es mir jetzt vor, automatisch gleich einen gewissen Twist drinnen und dann kriegt man dann nicht mehr wirklich ordentlich Wasser und dann wird die Alien auch ein bisschen anstrengend. Insofern machen wir jetzt noch einmal schnell eine Kletten bzw. die Decor für eine Kletten. Aber naja. Einspannen. Und dann fangen wir wieder an. Okay, und der nächste Hand wurde klappt. So, I think I don't wanna make a second decor. So, let's speed up a bit, geben wir ein bisschen Gas. Irgendwie ist das hier ja eng, das wird die ganze Zeit automatisch englisch zu gehen. So, let's speed up a bit, geben wir ein bisschen Gas. So, let's speed up a bit, geben wir ein bisschen Gas. So, let's speed up a bit, geben wir ein bisschen Gas. Kletten die erste. Schauen wir mal. Ups. Halt. Jetzt besser geht. Und. Okay. Machen wir noch einen zweiten. Schnellen. Wie schon gesagt rein. Jetzt fürs Video ist Backup. Wenn's doch etwas schief gehen sollte bei der Alien. Okay. I'm going to make a second one for Backup, you can call. But it should not take two down. ... ... Oh... ... ... ... So, und das ist wieder alles dran. So, das sollte okay für heute sein. So, passen. Gut! Für eine Vierkern verwende ich jetzt, wie vorher erwähnt, eine. 0,3. Für die Alien werde ich die 0.3 mm, die 29-gauge. So, ich nehme zwei langen Pfeifen und drehe sie in half. Damit ich die vier. Die vier Cores. Okay. So, da, da. So, da, da, da. So, da, da. Das kann ich nicht. Let's see if we can get a little bit end it. You are going to see my swivel tool. Yes, here we go. And on the other side, let's have a look. Here we go. Ah, it's a very small piece. Okay. Okay. So, okay. So, la la. Einigermaßen aufgebaut alles. Ist zwar jetzt noch ein bisschen eng da, der Stück. Da wird zu viel dritter erwischt. Aber egal. Was ich verwende bei meinem Dramo für die Seite zum Einspannen. Das ist eine Öse oder sowas. Vom Baumarkt habe ich hinten abgeschnitten, dass es eine passt. Und von etwas, was ich schon hatte. Das passt ganz gut. Es wird einfach eingegangen. Und, was ich gerade gesagt habe, ist, was ich für meine Dramo für meine Dramo, die sich in place, von Wal-Mart. Was ich jetzt eben mache, ist, am Anfang, drücken meine Drähte einfach parallel, dass sie parallel liegen. Also, dann verwende ich eben mein Smart. Drehe den ordentlich zu, dass sie parallel liegen bleiben. Und schieb den einfach bis nach hinten. So. Das heißt, meine vier Drähte sind jetzt da parallel. Und der hält mir das einfach. Weil ich den eben ordentlich zugeschaut habe. My walls stay parallel. And my Smart is going to secure them. Because I tighten it. Really good that they stay where they should step. And then I put the second Smart on. Not as the first. Because I have to slide this. Und das tut er beginnen. Also, den zweiten mache ich nicht ganz so fest. Aber trotzdem so, dass er mir meine vier Drähte parallel hält. Nur, dass ich den einfach gemütlich bis nach vorne schieben kann. So, dass meine Drähte hier vorne auch parallel bleiben. So, dann mache ich hier vorne einen ordentlichen Knick. Und dann fange ich an, dass ich meine Drähte hinten mit meiner Spann verrichte. Sobald das da einmal, sobald die Drähte so einigermaßen stabil sind, dann fange ich am Anfang an. Das ist so, wie den Anglgewirbel fixe. So, I started to straighten the wire. Und wenn es fast ist, dann würde ich es nur feststellen. Dann fange ich die Smart to diese End. So, jetzt habe ich meine vier Cores, die bleiben parallel. Und was ich nicht mehr brauchen, dann fange ich es kurz. Dann fange ich es in der Beginn. Weil ich meine Spezial Bearing habe. Das kann es umgelegen, um die Probleme zu stellen. Und es muss sich in der Beginn. So, in der Beginn, dann fange ich es. Und dann kann ich es umgelegen. Da mein Speziallager selbst austarieren kann für ein paar Grad, muss das am Anfang langsam eingelaufen, dass sich das wirklich perfekt ausgeradet und dann, sobald das passt, fangen hier hinten einmal an, zum Spannen. Wenn ich da mit Schweden bin, dann kann er theoretisch auch in Gas aufbekommen. So, es wird passen. Okay, now everything is straight and it runs as it's chipped, they stay clean and parallel. This is what I like and what it should be. Now I'm going to stretch my decoy. Jetzt muss ich den stretchen. Ich mache den immer, also ich überdehne den Draht, damit er dann wirklich schön flockig locker drüber rutscht. I over stretch the wire that is going to do the work, you can say. I do not, I only tell the wire then, I only tell the core where it should go. Nothing more, I do not grab it or something like this, really hard. So, now you can say break, I stretch this and then I am back. Draht ist gestretched. Wie gesagt, er ist ziemlich überstretched, dass der, wie gesagt, eigentlich von alleine dann da drüber sich legen sollte. Jetzt befestige ihn einfach nur hinter meinem Smart. Da drehe ihn ein paar Mal. Einfach nur, dass er festhält. Dann genau da, wo Zug gemacht wird. Drehe ihn dann das erste Mal rein, sodass er sich, dass er herrinnen auch fixiert ist. The only thing I did was to over stretch my clapton, so that the wire will fold around by its own, you can say. And then I have to make sure that it stays fix in the beginning here. And now, let's try and see if the alien is, the four core alien, if we can do the four core alien without any alien makers. Also, schauen wir, ob es funktioniert. Was ich euch da versprechen, will, wollen, sagen, haben, wollen, würde. Okay. 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 Das muss passieren. Das muss passieren. Das hat zu passieren. Ich weiß nicht, ob es geht. Aber es ist kein Problem. Okay, das ist fertig. In den normalen Instanzen, ich habe einen größeren Kurs. Also muss ich ein bisschen Deco-Club in den Weg bringen. Dann einfach die Smart, screw die ab. Normalerweise habe ich einfach ein bisschen längere Kerne. Deswegen ist mir da vom Mantletrad ein bisschen etwas übergeblieben. Aber an dem sie jetzt noch nicht liegen. Die Smart ist aber da. Und wie man sieht, wenn man da jetzt den ganz normal hat. Wenn man den ganz normal jetzt einfach runtergeräumt. Ich habe da einen, wo man leider der Kleppen oder die Alien einfach gerade durchgeräumt ist. Aber sonst habe ich da jetzt einen Strang 4-Kern Alien ohne irgendwelche Alien-Makers. Ohne irgendwas. Ich poste dann nur ein paar Fotos. Dass man das sieht, dass das wirklich irgendwas ähnliches ist. Ja. I hope that you see if you work a little bit, if you train, if you practice, you can do up to up to 5 cores I did. I think the other highest was 5-Core Alien which I did without any Alien-Makers. You don't need the sliders to be honest. Buy cheap. Try to find a wire supplier which is really cheap. Here in Germany or Austria the stainless steel is really cheap and you can practice with it. Yeah. Then you can save the money for the Alien-Makers. the what I just said you just just do 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 4-Kern-Alien, 4-3-Kern-Alien, 2-Kern-Alien sowieso, 5-Kern-Alien war bis jetzt das höchste, was ich gemacht habe, ohne Sliders, aber ich challenge mich aktuell nicht mehr so wirklich, das sage ich ganz ehrlich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, I hope you enjoyed the video, please let me know what you think about the bilingual tryout, you can call it, bitte sagt mir einfach Englisch, Deutsch, ob das für euch in Ordnung war oder nicht, ich schmeiße jetzt dann einfach noch Videos rein, dass man da noch ein bisschen was sagt, ja, insofern, schönen Abend noch, und lustig noch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ich